Hallo und herzlich willkommen zum letzten Mädchen-Tags von Renns Kalender Video. Heute haben wir die 24. Wir haben Heiligabend. Ich wünsche euch schonmal alle einen schönen Heiligabend und lasst euch schön beschicken. Noch frässliche, schöne Weihnachtstage. So, wir öffnen dann mal Türchen Nummer 24. Ich denke mal, wir werden drei oder vier Partner beziehen. Also wir haben drei Karten. Erstmal die Bläsorten und zweimal als erstes Milot Rashika von Werder Bremen. Mittelfeldspieler. Angriffswert 66, Abwehrwert 37, 4,5 Millionen Markberg. Und hat die Karte Nummer 57. Als nächstes haben wir den Kölner. Friedrich, 17. Abwehrspieler. Abwehrwert 75, Angriffswert 24, 6 Millionen Markberg. Und hat die Karte Nummer 368. Und die letzte Karte ist eine Limit. Und zwar hier. Mittelfeldspieler. Mittelfeldspieler. Baka Lorz von Hannover 96. Angriffswert 78. Abwehrwert 78. Abwehrwert 78. Abwehrwert 78. Abwehrwert 79. Baka Lorz von Hannover diligent. Musik Wie gesagt, ich fühle mich teknisch und frohe Weihnachten gehen. Letz Doomeszutre. Dann sage ich mal bis morgen oder übermorgen und ciao! Ciao.